Guten Morgen! Ich stehe, wie ihr seht, schon in meinem Badezimmer. Was ihr jetzt noch nicht gesehen habt, ist, dass ich mir schon die Zähne geputzt habe. Mich jetzt einfach noch ein bisschen schminken möchte. Ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit, ein paar Fragen zum Schwangerschaftsupdate zu beantworten. Da gibt es noch die ein oder andere offene Frage. Ella spielt jetzt gerade in ihrem Zimmer. Ich habe nachher noch einen Friseurtermin, deswegen seht ihr auch, dude at its best. Ja, ich habe ganz, ganz grünstichige Haare auf einmal. Also so richtig schlimm. Und die werden nachher hoffentlich dann zum letzten Mal entfernt. Muss mir jetzt gleich auch noch die Fingernägel machen. Die sehen auch total abgewildelt aus. Ich nehme euch einfach so ein bisschen mit durch den Tag. Ich weiß noch gar nicht, was sonst so ansteht. Micha schläft noch, die Kleine spielt, wie gesagt. Wir starten jetzt einfach mal mit den paar Fragen und ich schminke mich dabei. Die Laura Wilder möchte wissen, wie wir Gehfrei oder Türhopser für Babys finden und ob wir sowas für Bennet verwenden werden. Für die, die nicht wissen, was ich meine oder was gemeint ist, Gehfrei sind diese kleinen Wegelchen, in die man Babys reinsetzen kann. Und Türhopser ist eigentlich sowas ähnliches wie eine Schaukel, die man zwischen die Türzagen klemmt und das Baby darin hopsen lässt. Ich bin ganz ehrlich zu euch, wir haben bei Ella eine Zeit lang ein Gehfrei verwendet. Ob Ella dadurch schneller laufen gelernt hat, wage ich jetzt mal anzuzweifeln. Sie ist zwar relativ schnell gelaufen, aber nicht übermäßig früh. Und ob das bleibende Schäden hinterlassen hat, kann ich euch auch nicht sagen. Wir haben es nämlich nicht lange verwendet. Ich belesen und würde das Zeug nicht mehr verwenden. Also diese Gerätschaften. Es gibt einen Grund, warum die so stark diskutiert werden. Und genau aus diesem Grund habe ich mich natürlich auch belesen, habe mich schlau gemacht und habe halt einfach gesehen, dass man davon Abstand nehmen sollte, wenn man dann ein wenig auf die Rücken- und Beingesundheit seiner Kinder achten möchte. Und ich denke, jedes Kind lernt laufen. Und Gehfrei- bzw. Türhopser sollte natürlich auch nicht als Möglichkeit genutzt werden, das Kind mal irgendwie kurz abzusetzen. Dafür gibt es eine Wippe oder man nimmt das Kind halt einfach mit dorthin, wo man hin muss. Für uns ist das nichts mehr. Die Anne ist egal, möchte wissen, welchen Moment wir mit dem Bennet am sehnlichsten erwarten, für den Augenblick, wo wir wieder zu Hause sein werden. Und da muss ich, da kann ich einfach nur ganz ehrlich antworten. Ich denke immer an unseren Balkon, wenn ich an den Kleinen denke. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich einfach, weil er ein absolutes Sommerbaby sein wird. Und wir ja unseren Balkon heute hoffentlich, vielleicht seid ihr dabei, so kompletieren quasi. Wir haben ja neue Möbel bekommen. Irgendwie ist mir das im Hinterkopf, dass ich einen schönen Sommer mit zwei Kindern auf dem Balkon verbringe. Wenn ich natürlich unterwegs bin, bin ich unterwegs. Ich werde natürlich mehr spazieren gehen als alles andere. Aber ich kann mir halt einfach auch vorstellen, so einen lauen Abend. Ella ist im Bett, Bennett liegt neben mir und ich lese was Schönes oder so. Also irgendwie ist das mein Gedanke, wenn wir wieder zu Hause sind. Und ich stelle mir vor, wie wir unsere erste Autotour zur Familie von Micha machen. Das ist für mich auch, das bedeutet für mich ganz, ganz viel Frieden, ganz, ganz viel schöne Zeit, vor allem im Sommer. Ja, also Mainz, beziehungsweise Umgebung ist im Sommer wunder, wunder, wunderschön. Und mit Baby. Und wir haben einfach mit Ella damals auch den ersten Ausflug dorthin gemacht. Und da war sie relativ klein. Das war so schön. Ich habe so schöne Erinnerungen daran. Und darauf freue ich mich am allermeisten. Ich weiß, dass uns sehr viel Chaos erwarten wird. Ich weiß, dass wir uns erstmal einleben müssen. Dass ich wahrscheinlich durch die Hormone auch nicht immer gut drauf sein werde. Aber das geht ja hoffentlich dann schnell vorbei. Wir lassen das alles auf uns zukommen. Aber ich bin irgendwie guter Dinge, dass das ein richtig schöner Sommer wird. Mastizu fragt, was für mich oder für uns der größte Unterschied der beiden Schwangerschaften ist. Das kann ich sehr, sehr easy beantworten. Das ist einfach der Aufwand oder das Gefühl in den Schwangerschaften, weil man einfach andere Aufgaben hat. Als Mama von einer fast Dreijährigen kann ich mir einfach nicht erlauben, den ganzen Tag auf der Couch zu liegen, was ich bei der Schwangerschaft von Ella definitiv getan habe. Ich habe ja, wie einige schon mitbekommen haben, vielleicht, wenn ihr das Geburtsvideo geguckt habt, da habe ich da relativ offen drüber gesprochen, dass ich Desperate Housewives gesuchtet habe zu dem Zeitpunkt und dann eben zum Zeitpunkt der Wehen auch gerade so am Ende der Staffel oder der letzte Staffel war und deswegen gar nicht gemerkt habe, dass ich Wehen habe. Das würde ich natürlich jetzt gerne auch machen. Einfach die ganze Schwangerschaft über auf der Couch liegen und irgendwelche Seriensuchten. Das kann ich aber eben erst abends machen, wenn Ella im Bett ist und das ist so mein Augenblick der Ruhe, wo ich dann auch richtig merke, dass er Randale macht, weil ich einfach früher oder vorher nicht zur Ruhe gekommen bin. Wir sind viel unterwegs, wir machen viele Videos, wir schneiden und drehen viel momentan und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht richtig zur Ruhe, was mich aber auch irgendwie ein bisschen am Leben hält. Also irgendwie finde ich es auch schön, irgendwie genieße ich es auch, dass ich diese Schwangerschaft so bewusst wahrnehme und nicht jeder Tag irgendwie nur so an mir vorbeifliegt. Ich spüre ihn sehr, 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 sehr intensiv, was nicht immer angenehm ist. Also es gibt Momente, da sitze ich einfach in der Runde und zucke dann zusammen, weil es einfach megamäßig wehtut und das kann man immer so gar nicht nachvollziehen, dass so eine Kindsbewegung ja auch wirklich ein Tritt von innen ist. Man kriegt von innen ja quasi so einen Tritt. Und ansonsten kann ich einfach nur vom Gefühl sprechen, man ist anders vorbereitet beziehungsweise eigentlich so wenig vorbereitet und das ist so entspannt, ja, wenn man sich einfach nicht die ganze Zeit den Kopf macht, weil man ganz genau weiß, dass es so oder so am Ende des Tages auf was Gutes hinausläuft und dass das Kind im allerbesten Fall gesund zur Welt kommen wird. Man wird sein Elterngeld pünktlich bekommen, wenn nicht hat man eben auch seine Rücklagen. Das hat beim letzten Mal eben auch gut funktioniert, das Kindergeld hat funktioniert, die ganzen Anmeldungen, das ist irgendwie ratzefatz vorbei gewesen und bei der ersten Schwangerschaft habe ich mir solche Gedanken gemacht. Was ist, wenn? Was ist, wenn wir die Geburtsurkunde nicht pünktlich kriegen? Was ist, wenn das Geld nicht pünktlich draussen kann ich meine Miete nicht zahlen? Darüber mache ich mir jetzt gar keine Gedanken mehr. Natürlich ist das alles auch Micha geschuldet, weil wir beide gemeinsam natürlich sehr entspannt sind und er mich sehr runterholt, was diese Schwangerschaft angeht. Ich merke auch einfach, dass er diese Schwangerschaft gar nicht so zum Thema macht und das hilft mir ungemein. Für ihn ist das völlig normal, wir sind halt einfach bald zu viert und ich merke gestern zum Beispiel waren wir bei der Anmeldung im Krankenhaus, dass er dann schon so ein bisschen aufgeregt wird, aber diese Grundaufregung der ersten Schwangerschaft ist einfach nicht vorhanden und das hilft uns beiden ungemein. Lorbeerblatt88 fragt, was wir für einen Autositz für Bennet haben. Wir haben zwar noch mehrere Fragen gestellt, aber ich möchte jetzt mal nur auf den Autositz eingehen. Wir haben uns auch in dieser Schwangerschaft, beziehungsweise auch für dieses Kind wieder für den Maxi-Cosi Cabrio-Fix entschieden. Den gibt es zusammen mit einer Family Fix Base, nennt sich das. Das macht man ins Auto rein. Das ist quasi eine Station, auf die man die Babyschale immer wieder einfach nur andockt und das ist so zeitsparend. Und die Julie fragt, wie wir die letzte Zeit zu dritt genießen. Das ist bei uns zu Hause jetzt gerade tatsächlich so, dass wir uns so sehr auf ihn freuen, dass wir gar nicht mehr so großartig darüber nachdenken, dass wir ja gar nicht mehr lange zu dritt sind. Und ich glaube, auch Ella ist es natürlich nicht bewusst, dass sie bald einfach eine große Schwester ist und hier nicht mehr nur Nummer 1 ist. Es ist schon mal was anderes, wenn man so einen kleinen Bruder hat. Ansonsten sind wir sehr verspielt momentan, nutzen einfach die Gelegenheit, dass wir keine Ruhe geben müssen, dass wir nicht darauf achten müssen, dass hier noch ein Baby ist, was irgendwie seine Ruhe braucht und so. Das passiert alles unterbewusst. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt noch zwei Monate hier richtig Randale machen, sondern wir genießen einfach den Alltag so, wie er ist. Und dann haben wir auch schon die letzte Frage von Frau liebt und lebt. Ob es Momente gibt, in denen ich sehr daran zweifle, irgendwann Mama von zwei Kindern zu sein. Und diese Frage begleitet mich jetzt seit einigen Wochen ein bisschen intensiver als noch am Anfang der Schwangerschaft. Ich habe immer gesagt, nein, ich mache mir keine Gedanken, wir werden dem Ganzen schon gerecht. Natürlich fragt man sich immer, wie wird es sein? Werde ich auf beide Kinder eingehen können? Gerade jetzt, wo es wirklich greifbar wird, mache ich mir wirklich viele Gedanken darüber, wie das sein wird, ob ich Momente vermeiden kann, in denen ich LR anherrsche, weil ich irgendwie überfordert bin oder ich hoffe das sehr. Ich nehme mir das vor, dass ihr wisst, ihr kennt unsere Einstellung, ihr kennt unsere Art, mit ihr umzugehen. Und ich möchte einfach ungern, dass sich irgendwas daran verändert. Und das ist meine einzige Angst, dass ich dem nicht mehr gerecht werden kann. Ich glaube, jetzt kommt gleich jemand rein. Hallo. Ich bin hier. Ich weiß. Sie ist hier. Wie so ein kleiner Dämon stehst du da in der Ecke. Na Mensch, hast du schön gespielt? Ja? Mama ist jetzt auch fertig. Können wir zusammenspielen, wenn du magst. Hallo. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann packt es mir einfach in die Kommentare. Da kommen jetzt nicht mehr allzu viele Fragen zusammen. Das ist mir auch klar. Wir sind in der 34. Woche. Ihr seid von Anfang an dabei. Ihr habt so viele Fragen gestellt. Und die Schwangerschaftsupdates werden einfach ein bisschen rarer. Ich würde natürlich gerne noch so ein, zwei drehen, bevor der Kleine kommt. Also, wenn euch noch irgendwas einfällt oder ihr irgendwas sehen wollt, irgendwie noch eine Routine oder irgendwie Pflegeprodukte für den Kleinen oder irgendwas, dann lasst es mir auf jeden Fall in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt mal um mein Kind. Oh, how it burns. We barely started on every turn. Keep moving further. And all of my broken bones. Man with your love. We never learn. We just keep... Filmt ihr mich? Aber noch gar nicht. Ich sollte übernehmen. Autschi. So, sieht das aus morgens hier. Au. Ich möchte unbedingt den Balkon machen. Ich beziehe jetzt gerade das Bett. Weil so sommerlich im Wetter ist mir immer danach das Bett zu beziehen. Ella nutzt gerade die Gunst der Stunde, hier ein bisschen rumzuspringen. Hallo, ich bin Ella. Pass schön auf. Und was? Pass schön auf. We keep it rollin. And all of my broken bones. Man with your love. And there you go and give it to me. So you get me feeling like I always should be dancing in your arms. Bei diesem wunderschönen Wetter kann ich einfach nicht akzeptieren, dass der Balkon so aussieht, wie der aussieht und wir ihn nicht nutzen können. Die Wäsche steht zwar draußen, aber wir haben so einen großen Balkon, den muss man auch nutzen. Because you, you give me tough love and it's just enough love. And I, I've shielded my scars, counting on a cold heart. I'm in with your love, all of my broken bones. I'm in with your love, all of my broken bones. Wir haben jetzt den Teppich ausgelegt. Diesen Teppich, seht ihr ihn hier? Den haben wir zusammen mit dem Kinderzimmerteppich, den ich euch schon im letzten Vlog gezeigt habe, von Benuta bekommen. Wir haben nämlich so einen ganz hässlichen Steinboden, ja, auf dem Balkon. Und der hat mich immer davon abgehalten, auf den Balkon zu gehen, weil ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe. Jetzt haben wir diesen Teppich bekommen und haben ihn jetzt voller Mühe ausgelegt. Dann zeige ich euch mal das Ergebnis, wenn es soweit ist. Ich habe einen kleinen Lifehack für euch und zwar habe ich mir im Baumarkt solche Klettstreifen gekauft. Die kann man auf das Meterware. Und die kleben wir unter die Kissen, damit die nicht verrutschen. Und wegfliegen. Und wegfliegen. Und ich hoffe, dass es hält, weil ich habe mich ein bisschen verkalkuliert und habe echt wenig gekauft. Deswegen müssen wir mal schauen, ob es hält oder nicht. So, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt raus. Ich bin auch wieder sehr, sehr zufrieden. Ich verlinke euch einfach mal den Salon unten in der Infobox, weil mich einige Nachrichten erreicht haben, zu welchen Frisur ich denn gehe. Also wenn ihr mal in Berlin seid oder aus Berlin kommt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich bin wieder sehr zufrieden, habe direkte Schaumtönung mitbekommen, falls es wieder grünstichig wird. Man kann halt bei Hormonen und bei der Schwangerschaft überhaupt nicht vorhersagen oder generell bei Haaren nicht vorhersagen, wie sie es annehmen oder nicht. Die zwei Mäuse haben mich jetzt eingesammelt. Und ich gehe jetzt gleich noch in Kleinigkeit einkaufen, während Micha bei Ella im Auto bleibt. Die ist nämlich gerade eingeschnuppelt. Die hat jetzt die ganze Zeit ganz, ganz lieb bei ihm im Restaurant gesessen, während er so ein paar Sachen erledigt hat. Ach, ich bin nochmal stolz auf meine Tochter. Ja, ich gehe jetzt ein paar Sachen einkaufen und dann gehen wir noch auf den Spielplatz. Aber ich glaube, da sind so viele Kinder, da hätte ich die Kamera lieber zu Hause lassen. Sonst habe ich keine Freude beim, oder Micha keine Freude beim Verpixeln. Aber Ella freut sich schon megamäßig. Das ist der erste Spielplatzbesuch nach vier Tagen Krankheit. Und sie darf ab Mittwoch, also ab heute, dann wieder mit Kindern in Kontakt kommen, weil die Ansteckungsgefahr weg ist quasi. Und da freue ich mich für sie mit, weil sie mir echt leid tut die letzten Tage. Bevor es jetzt gleich auf den Spielplatz geht für Ella und mich, möchte ich euch noch zeigen, was hier gerade ankam. Seht ihr das? Einfach mal 5 Millionen Pakete für einen Kinderwagen. Wir werden ihn jetzt noch nicht zusammenbauen, aber wir werden mal reinschauen, ob denn alles dabei ist, was wir uns so vorgestellt haben. Ich freue mich megamäßig. Da aber der Tag nicht mehr allzu viel bringt heute, werde ich den Vlog jetzt beenden. Ich denke, wir haben auch ein bisschen was mit drin gehabt und dreiviertel Tag wart ihr mit dabei. Und jetzt steht, wie gesagt, auch nur noch Spielplatz und für Micha Arbeiten am Programm. Und von daher sage ich einfach mal Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!